Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Hot Purse 2 Schauen wir mal was anliegt hier Sprinter meinetwegen Was können wir denn fahren hier Porsche Carrera, das klingt doch gut Auf gehts Ich nutze jetzt hier meinen 40 Zoller erstmal als Monitor Das macht ja immer richtig lau So ein schnellfahrendes Fahrzeug überholen Brauche weitere Einheiten 19 an 27 bin direkt hinter dir Das bockt Das frag ich euch Leute 27 an County, der Typ wird noch jemanden überfahren Richtig Muss vielleicht nochmal schauen Dass ich die Audio mal ein bisschen anpasse, so, für, ja, YouTube-Freundlichkeit, ne? Copyright-mäßig hier. Oh, shit. Ja, mach mal. Macht man, macht man. Boah. Jetzt ist es ja aber richtig was los. Ja, wie, zweiter? Nee, ne? Das gibt sogar nicht. Hier wird Silber verlieren. Ja, von wegen, ey. Da machen wir eine Wiederholung hier. Ich glaube, ich bin nur. Ja, und dann verrückt sich meine Facecam hier auch noch. Was soll denn der Scheiß? Habt ihr jetzt halt gerade so separat, ne? Nicht mehr am Bildschirm oben, weil mein 40-Tall ist auf der Wand. Dann müssen wir jetzt was einfallen lassen. Das ist unpraktisch, ist das. 27 an County, nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein silberner Porsche Carrera GT. Das ist aber sehr unpraktisch. Hm, na, gucken wir mal. Ja, dann. Willkommen zurück. Machen wir das jetzt halt eben so von der Seite. Dann starten wir doch nochmal neu. Dann können wir gleich alle mal in meinem Auspuff schnuppern, ja? Meine Kette, die stört beim Fahren hier. Voll genial hier, so mit Rival, ne? Aber eben nicht genial zum Fahren. So. 27 an County, habe hier jemanden mit Geschwindigkeitsrausch. Bin an ihm dran. County an alle Anleiten. 27 versucht schnell fahrendes Fahrzeug zu überholen. Rauch er hier. Versuch's mal. 19 an 27, bin an dir dran. Und tschüss. So läuft's. Ja, komm. Versuch's. Ungewohnt so vom 40 Zaller an der Wand hier. Aber macht auf jeden Fall Laune. Kann man mal machen. 27 an County, da ist er wieder. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein sehr spannender Porsche Carrier AGT. Ach, komm. Genau, mach mal einen Abflug. Schmier mal ab, da. So, wollen wir das sehen hier. Glückwunsch, du hast den Goldpokal gewonnen. So geht das. Ach, nö, ey. Selber Polizist wollte ich jetzt gerade nicht machen. Aber keine Lust auf. Runden K.O. Mercedes. CDK GTR. Oh, yeah. Das wird fett, Freunde. Das wird richtig fett. Irgendwie ist dieser Widescreen-Fix-Menü-technisch nicht so geil hier. Aber gut, was soll's, ne? Oh, Mann. Jetzt wird's ja gleich direkt richtig die Post ab. Okay. So wird das natürlich nix werden. Das ist die Musik wieder ein bisschen zu leise, ne? Sehr professionell, ja. Mies, wenn meine Strecke nicht so richtig drauf hat. Das ist mal gut gelackt, Meillert. Oh Gott, wir gucken mal, was daraus wird, ja. 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 Kontakt mit dem Fahrzeug verloren. 27 in County. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein silberner Sportwagen. Das ist ja ein Irrer. Hm. die meinetwegen 46 an County, habe den Verdächtigen aus den Augen verloren. Oh shit! Das ist ja gar nicht da, 200, wie ich gerade geguckt habe. 54 an County, der Fahrer konnte der Straßensperre ausweichen. Die letzte Runde. 54 an County, habe ihn aus den Augen verloren. Ehrlich gesagt, ist mir die Musik ein bisschen zu leise, das ist affig. 46 an County, habe er in Raser, nehme die Verfolgung auf. Ein Hubschrauber wird benötigt. Ja, das dürfte noch klar gehen. Eigentlich. Das dürfte ganz okay sein so. Jetzt wird es richtig interessant hier. Hubschrauber 1 an County, er inwischt den Patrouille-Einheiten. Oh shit. Hubschrauber 1 an County, fliege zum Tanken zurück. 46 an County, hier ist gerade einer mit Höchstgeschwindigkeit an mir vorbeigeflogen. Ich bin an ihm dran. Na, bestehen wir mit Bravour hier, was? So sieht's aus. Abgezogen. Dir wird die Gold-Trophäe verliehen. Tja, dann. Er fährt halt wie ein Verrückter, ne? Bis zum nächsten Mal, macht's gut, oder besser. Bis zum nächsten Mal.